Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde! Soweit wir dieses Projekt hier fertig haben, habe ich schon das nächste geplant. Das wird sehr schnell gehen eigentlich. Ich gehe trotzdem erstmal schlafen, weil es ist Nacht und man sieht fast nichts. So, dann gehen wir mal schlafen und ich muss fast gehen. Okay, ich habe fast gegeben, also ich war kurz davor. Cool, die haben sich ja jetzt auch grün gefärbt, das ist natürlich sehr, äh, was weiß ich denn hier, äh, äh, also ich möchte rein. So ist das fein. Äh, hier haben wir die Gläser, die brauchen wir ja. So. Ich zeige, ich hoffe mal, das passt jetzt. Und wir müssen alles richtig setzen, weil ich habe keine Lust nochmal irgendwelche Gläser einzuschmelzen. Ähm, so. Zack, dann sind wir gleich einmal rum. Nein. 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 Da müssen wir nochmal eins einschmelzen. So, wo ist das denn das? Da warten wir mal eben kurz. Dauert ja nicht lang. Ach ja, ach ja. Wenn ich so aus dem Fenster gucke, sehe ich vor meiner Nase TÜV Nord, McDonalds, Subway und viele, viele andere Geschäfte. Ähm, warum ich dies gerade sage, das weiß ich eigentlich gar nicht, aber, ähm, ich finde das schon geil, ne? Hier so. Ähm, dann haben wir hier in den, also in der Nähe haben wir Mediamarkt. Ähm, dann haben wir jetzt, oh mein Gott, wie heißen das? Ich gucke mal eben kurz. Ähm, bin sofort wieder da. Ähm. Genau, ich hab's. Euronix XXL haben wir jetzt auch hier. Ähm, alles sehr nah beieinander. So muss es sein. Ähm, ja, wir bringen erstmal die Sachen nach Hause. Ähm, wir nehmen alles mit, außer, ne, wir nehmen nur, wir nehmen nichts mit, außer paar Sachen nur. Zack, die müssen wir mal loswerden. Hier, Pflastersteine, okay. Das brauchen wir. Nehmen wir hier mal ein paar mit. Mein Laptop ist gerade übelst laut. Ähm, ja, äh, was wollte ich denn noch mitnehmen? Äh, ich muss mich einmal verschieben. So. Ähm, Entschuldigung, wenn es jetzt Umgebenheiten gab, so. Ähm, ja, ich mach mal so. Zack. 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 Ähm. Ach ja. Zack. Und zack. Und die kann dann wieder weg. Und dann können wir die hier sortieren. Und dann können wir jetzt auch eigentlich schon runter in die Höhle gehen. Ähm, da hinten kommen ja die Farmen hin. Ich bin gerade so am grübeln. Vielleicht machen wir die doch da hinten hin. Ähm, sind wir halt noch am überlegen. Und ich muss gerade mal eben kurz was hier machen, weil, ähm, Kopfhörter sind im Weg. Ja, ich hör, 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 hör. Hier müssen wir jetzt mal runter. Aua. Ähm, das werden wir natürlich alles noch verbessern. Da kommen natürlich noch Treppen hin. So, dann lassen wir uns das hier mal nicht entgehen. Und nehmen wir mal die Kohle, äh, die Kohle, das Eisenerz mit. Können wir ja immer gut gebrauchen. Ich muss mir den Rechner einmal, so, okay. Hier das oben auch. So, dann haben wir erstmal wieder ein wenig Iron. So, hier machen wir auch mal so einen Breitag vom Weg rein. So. Ach ja, heute, das wird mal so eine Höhlentour, sag ich mal. Ähm, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel vor. Ähm, und zwar werden wir die Höhen bauen. Ähm, was werden wir noch machen? Äh, Höhen bauen. Ähm, wir werden die Windmühle bauen. Wir werden, ähm, die Farmen bauen. Wir werden, ähm, Hühnerfarmen bauen. Und die Farmen, da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, es wird zwei verschiedene Farmen geben. Und zwar eine Farm ist nur mit Tieren. Äh, also, ne, zwei Farmen sind eigentlich nur mit Tieren. Ja, genau. Ähm, dann haben wir eine Farm, wo Weizen ist. Das wird eine automatische Weizenmaschine. Äh, und, ja. Ich hoffe, das wird alles gut aussehen. Ich hoffe, ich mache das auch alles richtig. Ähm, sonst hat das auch immer geklappt. Und hier Gravel nehmen wir natürlich auch mit. Wollen wir immer mal. Zack, 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 zack. Ah, es geht ja flott hier. Lefter wie am Schnürchen hier. Ah, dieses Vorkommen hier ist auch übel zu groß. So, und ich überleg mir gerade, wie ich das dann mache mit dem Portal ins Neta. Und das wird natürlich auch so eine Frage für sich. Ach, ja, da, man, dann müssen wir uns noch was überlegen, wo wir es überhaupt hinbauen. Das ist ja schon das größte Problem. So, da haben wir das jetzt hier erstmal alles abgebaut. Das Iron nehmen wir hier natürlich auch mit. Wenn es uns schon so nah an der Nase steht. Zack, zack, zack. So, dann können wir jetzt auch eigentlich schon quasi versuchen, das hier zuzumachen. Äh. So. Aua. Das hat sie eh getan, ne? Wollen wir nur mal so sagen. Ah, das Kohle. Nehmen wir natürlich mit. So. Da können wir jetzt erstmal hier schön Kohle absammeln oder abfarmen. Zack, bauen wir uns hier mal hoch. Und bauen hier weitere Kohle ab. Zack, zack. Zack, zack. Oh, komm, komm, hier. Okay, da haben wir jetzt. Zack, zack. Das Gold nehmen wir natürlich auch mit. Warum sollen wir uns das entgehen lassen? Ja, fließe hier mal ab langsam. Weil du machst mir Angst. Oh, ich dachte gerade schon, ey. Komm, geh weg. Dankeschön. So, dann spreche ich das hier gleich mal ab, damit ich weiß, dass ich schon hier war. So, dann mache ich mal ganz stumpf. Das ist okay, da kommen wir ja nicht mehr durch. Das ist gut. Nehmen wir die Schienen hier mal mit. Hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Das war Glück. Da unten ist Wasser. Da kommt das Wasser raus. Dann könnten wir mal versuchen. Erstmal hier nehmen wir das Eisen. Äh, das Gold mit. So, dann muss ich überhaupt gucken, woher das überhaupt kommt. Und so, zack, zack. Zack. Ja, fließ ab, bitte. Ne, 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 ne. So. Zack, ist es abgeflossen. Autsch. Äh, die nehmen wir natürlich auch mit. Wenn die uns schon da so vorliegen. Boah, da ist ein geiles Kohlevorkommen. Da möchte ich eigentlich gerne mal unter. Äh, aber da sieht es auch nicht schlecht aus. Da wollen wir auch mal hin. Ah, hier ist noch Kohle. Die nehmen natürlich auch mit. So, da müssen wir auch ankommen. Ey, bleib mal freundlich, hier ist voll rein. So. Ähm. Zack, zack, zack. So, das nehmen wir mit, das. Und dann springen wir einmal so, dann haben wir jetzt hier wieder. Hier, zack, zack. Da waren wir noch nicht. Aber hier nehmen wir mal eben kurz die Schienen mit. Gibt es hier noch irgendwas tolles? Da habe ich Kohle gesehen. Da geht es noch weiter runter. Okay, hier ist Iron. Das ist immer gut. Ich glaube, die Höhentur wird erstmal zwei Folgen lang gehen, weil wir sehr, sehr viele Rohstoffe noch benötigen werden. und dann geht später auch alles viel, viel schneller. So, zack, 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 zack. Läuft ja alles wie am Schnürchen. So. Okay, das war jetzt ein Fail. So, zack. So, hier unten müssen wir keine Fackel setzen, weil wir wissen, dass wir hier sowieso nie wieder herkommen. Zack, so 60 Kohle haben wir schon wieder. Okay, wisst ihr, was ich mal mache? Wir können uns das ja eben kurz leisten. Dann setzen wir uns hier mal eben kurze Fackel hin. Nehmen wir uns die hier mal gerne mit. Wir setzen uns hier nochmal eine Fackel hin und da hin. So. Das Iron. Okay, dann nicht mehr. Äh, ach ja, das wird heute mal wieder was lustiges. Ich komm mal kurz wie lange wir schon aufnehmen. So. Jetzt müssen wir eigentlich da rein, aber ich... Ja, toll. Hat uns jetzt auch wundervoll viel gebracht. So, ähm, ich war grad grad bisschen still, weil ich Angst hatte, da runter zu klatschen. Das wäre ja nicht so toll. Hier machen wir das mal frei. Hier nehmen wir das mal mit. Das natürlich auch. So, da ist auch okay. Okay. Hier machen wir uns mal so einen Weg. Hier setzen wir mal einen rein. Hier wollen wir auch lang. Oh ja, wir haben gleich nur noch eine Spitzhacke. Das läuft ja wie am Schnörchen hier. Ähm, was ist da? Ja, da geht's auch noch irgendwo lang. So, ähm, was ist das hier? Eine Sattkaste. Okay, da geht's nicht mehr lang. Geht auch nicht. Da ist Kohle, die äh, Kohle Iron. Das nehmen wir natürlich mit. Zack, zack, zack. Hä, ich will springen. Zack. Wir kamen von da, ne? Okay, gucken wir mal, was da so ist. Okay, bevor wir da reingehen, mache ich hier meinen Code safe. Hier auch. Okay, dann können wir jetzt da reingehen. Und bei uns ist es grad so ein Pilswetter. Das muss ich einfach mal so da reinschreien. Weil, ne, das gibt's nicht, ey. Das Wetter ist hier so schlecht gerade bei uns. Hat man ja gar keinen Bock irgendwas zu machen eigentlich. So, ähm. Okay, wir haben noch Zeit. Zack, zack. Ja, hallo. Was? Passiv, wenn man sie umklingt. Na toll, man bekommt gar nichts. Ja, wir sind politisch, äh. Äh, okay, da. Es ist unsere Base, kann man quasi so sagen. Äh, so hier. Oh, ne, das ist ein Spinn. Ein Spinnensporer. Ein Spinnensporer. Ein Spinnensporer. Genau, ein Spinnensporer. Da waren wir schon. Was ist denn da oben? Dann geht das hin, aber. hier ist ein geiles Vorkommen von Gravel, das nehmen wir natürlich mit halalalalalala das läuft ja hier ziemlich schnell alles hu oh zack so 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 das haben wir gleich kann ich nur noch in Stunden handeln so war da haben wir wieder ziemlich viel Kies hier auf Tasche können wir mal was ist da so ach ja diese Höhlen hier naja kriege ich schon wieder so einen Herzinfarkt ne ach so das ist Sand oder Dreck kann man eigentlich dazu sagen ordentlich übersetzt es ist Dreck und das ist ehrlich Dreck so da unter sowieso wieder einer bei mir klar deswegen muss ich hier mal so machen zack da muss ich auch lang da wollte ich mal gucken zack wohin führt das hier Sattkasse aber oh ha oh ha da kriegen wir hier wieder super viel Iron zack 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 da habe ich auch noch zwei Stück gesehen okay hier so und dann ab nach unten wieder da gucken wir mal was hier so ist zack 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 oh da habe ich jetzt auch so den 2 gelegt war Absicht ähm zack da ist nichts das Gravel müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mitnehmen aber ich hab ihn bei einem gesehen kann das sein kann das sein wenn gerade am überlegen auf der Eier und Rennen gesehen hat er da ähm so dann guck ich noch mal auf die Uhr okay 51 Iron haben wir jetzt bis jetzt erst gefahren was da wohl noch alles auf uns zukommt ne da hab ich auch gar keinen Bock runter zu gehen ähm jedoch müssen wir langsam zurückgehen rautsch ähm da müssen wir lang glaube ich ja hier dann da lang achso und dann sind wir eigentlich schon da so dann passt das ja gut dann können wir hier das Iron mitnehmen ok gibt es jetzt eigentlich noch andere Monster beziehungsweise ähm das ist ja kein Monster das ist ja einfach nur eine Fledermaus so auf jeden Fall wir verziehen uns jetzt erstmal hier war eine erfolgreiche Höhlentour wir haben sehr 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 viel Iron gefunden das war doch schon okay dass wir hier runter gekommen sind und Kohle haben wir okay auch naja wenig gefunden eigentlich wir sind aber auch an sehr viel Kohle vorbeigegangen meines Erachtens nach so ähm was könnt ihr euch in der nächsten Folge auf was könnt ihr euch in der nächsten Folge erwarten oder ähm Bescheid machen eher gesagt wir werden in der nächsten Folge ähm anfangen das Dach unserer Bäckerei zu machen was kommt dann? ähm dann kommen die Farmen ähm und dann kommen noch sehr 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 viele andere Projekte die wir noch vorhaben und so liebe Leute das war eine neue Folge von uns wir hoffen euch hat die gefallen bis dahin auf Wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal